Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Simon und ja, wie ihr seht hier im Zelt und hier ist PM04 in der Laterne. Sehr dunkel hier, muss ich echt zugeben. Oh, sie steht sogar. Oh, sie steht, oh! Und auf jeden Fall hatten wir gestern vergessen zu filmen. Wir sind echt schlau gewesen und wir haben so ein bisschen Spiel gespielt und so und danach war es dunkel. Und die Leute, die eine GoPro haben, die wissen, glaube ich, dass man, wenn es dunkler wird, sagen wir so, ist bei der GoPro, sieht man nichts mehr. Also fast nichts mehr, also so ist es bei mir auf jeden Fall. Und ja, das war auf jeden Fall gestern so, wir wollten filmen und haben es total vergessen. Und ja, auf jeden Fall haben wir viel Spaß gehabt. Wir haben, glaube ich, viele Stunden haben geschlafen. Drei, nee, vier oder so. Vier Stunden kann sein. Ja, wir sind um zwei eingeschlafen und um fünf Uhr ungefähr aufgewacht. Und ja, das war nicht so toll, aber ja, war ja das erste Mal, also nicht schlecht auf jeden Fall für dieses Mal. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.